Weißt du, wenn du einmal vergessen hast, was pünktlich einzurachen, da hast du Pech gehabt. Aber meine Krankenkasse, die Novitas, die hat mich sogar angerufen und mir gesagt, dass ich die Bonuschecks für den Jahresbonus einreichen muss. Tja, und da ist sogar dann am Ende noch ein Wochenendtrepp nach Hamburg drin. Oh, da kommt er. Novitas, da steckt Fürsorge drin.